und schiedsrichter gespannt um michael bacher der holt worden ich denke da lässt sich drauf aufbauen und arsene geholt worden ist jetzt schauen wir mal auf die aufstellung des 1. fz nürnberg ja ich glaube mit sicherheit auch eine gute wahl er wird absoluter stammspieler und führungsspieler sein diese saison 17 jahre erst alt hervorragend dass so einer auch zum zuge kommen guck dir mal die ersatzbank an also sensationell noch sehen freuen wir uns jetzt einmal auf eine tolle partie die gunners mit dem anstoß haben wir aber klaus den trainer der aus dem red bull stall und ist natürlich dem club immer noch sehr angetan sieben jahre dort gewesen so dass er ein bisschen mehr durchstarten kann müller delhi und da ist fast das 1 zu 0 durch da ferner klasse flanke von müller delhi ja reis nelson kennen wir aus der bundesliga dem antwort mit der 24 hoppla das war ein schussversuch von tierny ob da schauen wir erstmal auf diese szene und die gelegenheit von du dem sturm partner von da ferner also der anfang für nürnberg ja man sieht auch ordentlich sofort dass man versucht wirklich in die box zu spielen man es gar ist der mann der freistöße schon das haben sie sehr viel geübt in den letzten wochen der ex hamburg ja das darf nicht so passieren da die seite scheint dicht zu sein und da ferner mit dem ballverlust aber sofortiges gegenpressing und dadurch den ball gewinnen sich erarbeitet ball verloren und sofort druck von und kreis 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 macht das ding mit hilfe der querlatte 1 zu 0 24 spielminute der erste hälfte die sie hier da bieten richtig starke macht martin ja aber jetzt sieht noch sie erkämpfen den ball sofort wir sind aggressiv in der gegnerischen hälfte und ja auch geht dann ein wunderbarer pass gute kommunikation zwischen den beiden spielern lässt ihn durch und dann kreis hat einen guten fuß da macht eine rein von 16 metern ich glaube das ist auch verdient ja lino tempelmann so ein bisschen freigelassen da waren sie zu nachlässig die london schon häufiger tolle spiele geliefert gegen bayern vor zwei jahren 5 zu 2 gewonnen gegen psd und jetzt 1 1 da war es damals und jetzt die chance freunde was ist denn hier los der erste in nürnberg bären stark nach knapp 29 minuten steht es 2 zu 0 für die klubberer und der neuzugang auf denen sie so viel hoffnung setzen hat getroffen quadro du schlechte zuordnung bei arsenal und dann lassen sie ihn ziehen und der schuss optimal ja wunderbar aber wieder an der mittellinie aggressiv attackiert glücklicher pass natürlich dann zu doha aber das ist eine chance und er macht nur und das ist so entscheidend man darf nicht mehr viele chancen berlin und ja die erste halbwegs gute möglichkeit für fc arsenal die bislang in der offensive wir haben natürlich viele junge spieler sieht man hier auch großen erwartungen in diese neue saison starten die haben das meiste geld ausgegeben und ich glaube gabriel jesus wenn ich das richtig erkenne ist dann auf der auf dem platz ist also tatsächlich eingewechselt worden wir sehen hier nimmt sturm zentrum mit der neuen also gabriel jesus eingewechselt doch nicht ganz so gut gefallen und da ist gabriel jesus und da ist das tor eine minute und 27 sekunden hat er bei seinem debüt gebraucht um zu treffen der neu zugang von manchester city besser geht es nicht für ihn das war leider zu einfach das war zweimal ein doppel pass wenn man das jetzt sieht und dann noch kurze eck martin ja das ist zu kurze entfernung also da will ich jetzt den torwart mal raus der delitz auf der ferner hat es platz cedric storisch kam danach geheilt und nächste gute gelegenheit von du zeigte hinten schon an ich will den ball haben jetzt haben sie es gesehen haben sie mal die augen ganz hin da zeigte wieder mit dem arm ich will ihn haben und dann ja aber das gefällt mir die beiden stürmer suchen sich das ganze und das darf nicht passieren das ist natürlich als jesus natürlich weltklasse mein lieber scholli ja da küsst er erst mal nürnberger boden ja man konnte es schon fast sehen die passstärke die dominanz bei arsen wurde immer besser immer sicherer ja also ein strich und für keeper gar nichts zu machen jetzt schwimmen sie aber hinten die nürnberger martin ja und jetzt spielen sie auch tolle pässe das auch da darf einfach alleine nicht in der box sein und abschließen können das ist grob fahrlässig vom klub passen dass sie nicht das dritte kassier und der ball war drin ja weil wir hinter der linie innerhalb von zwölf minuten ein 0 zu 2 zu einem 3 zu zweimal zack 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 umgewandelt ja aber wenn man jetzt die die passdynamik sieht das geht ruck zuck 1 2 3 fertig na also na also geht doch da sind sie wieder die nürnberger und der schleimer gerade eben eingewechselt gefühlt anderthalb minuten ja wenn überhaupt erste ballkontakt treffer perfekter einstand 3 4 tor spektakel hier im max morlock stadion ja aber man hat gesehen es war eine gute ballstaff hätte von hinten raus gespielt und haben wir haben mit der flanke ja ja und dann wieder wirklich ziehen streblich nach vorne also das ist einfach weltklasse dass wir dann einfach den innenfuß hinhält das ist einfach deswegen spielt er in der brasilianischen nationalmannschaft und deswegen kostet er 52 millionen ablöse das ist schon weltklasse aber wieder lässt der klub 20 meter vorm tor vier pässe zu die einfach hin und her gespielt werden und es kann ganz in ruhe geflankt werden und was dann im 16er passiert okay das ist ausnahmefußballer das arsenal diese partie und gewinnt gegen den ersten fc nürnberg einige erkenntnisse haben wir rausgenommen das ist ein